Wir hauen Mystery Dungeon Explorers of Time rein. So, das Ziel unseres Settes ist, ähm, dieses Schlüssel-Set ist... Schild aktivieren und revengen. Ich wusste nicht, dass das möglich ist. Es ist möglich. Wir können sozusagen mit Schild und Revenge alles blocken, was wir wollen, außer Stunts. Und deswegen sind wir ziemlich geschützt, was es nämlich angeht. Und deswegen aktivieren wir unser Schild und verfolgen Gegner. So, den haben wir. Natürlich wurde ich jetzt sehr geschwächt. Ach! Komm, kill ihn, damit ich noch einen Punkt bekomme. Dammit. Wir versuchen jetzt mal eine möglichst hohe KD in unserem DM-Spiel hier hinzukriegen. So. Ups, das war ein Kabel. Oh, 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 oh. So. Weiter geht's. Hi, mein Freund. Ich krieg den. Hi. So. Ist ziemlich unfair, das Set, weil Homing Op ist. Aber... Was denn? Und sich halt... Oh, Pio. Warte. Was hast du denn? Hi. Wahrscheinlich hat er AP. Oh, 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 oh. Deja vu. Ah. Ähm, das vergessen wir immer ganz groß. Ich hab eine KD von 1. Nein! Ich will eine KD von 2. Und... Komm. Und... Flieg! Aua. Okay, ähm, das war jetzt nicht so geplant, wie, äh, ich dachte. Wir schnappen uns andere Gegner, die nicht so schwer zu besiegen sind. Ist da einer? Ja, da ist einer. Hi. Ja, das ist unsere... Nein, das ist nicht unsere. Oh, den hab ich erwischt. Lol. Ich hab gedacht, ich hab den nicht gekillt, weil er Metallic gegangen ist. 9-4. Nein, wir müssen auf 16-4 kommen. Ich schaff das schon. Ich schaff das. Continue. Du schaffst das. Was war denn das für Community-Jump? Komm. Du weißt mir. Hi. Du gehst auch mehr. So, dann haben wir 2 Kills gehabt. Wir brauchen 20 Punkte. Für 5 Kills, um auf KD von 2 zu kommen. Dieses Set wird mir wahrscheinlich dabei helfen. Aber da ich überhaupt keinen Plus drin hab, ist das auch ein bisschen scheiße jetzt. Oh, 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 oh. Ne, wir laufen, buddy. Oh, ich muss mich verbissen. Ich muss, äh, mich verbissen. Das ist ein dämlicher Metallic-Güse. Nein, der hat mich erwischt. Boah, das ist ein ganz schöner Vorteil für den Gegner. Ich muss mal aufholen. You're a hacker. Nein, 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 nein. Oh! So, bloody. Okay, da will mich wohl eine verarschen, hä? 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 Come at me, Bro. Ach, Mann, oh. Jetzt aber. So, danke. Wo sind denn hier rote Gestalten, deren Leben nichts weiter wert ist als ein Kill? Ah, da. Jetzt habe ich mir selber Schaden gemacht. Ich glaube es nicht. Hi. Oh. Oh, er ist Noob. Ach, 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 ach. Das war natürlich ein Scherz. Ihr kennt mich. Guck mal, wir ihn von da erwischen. Nein, den erwischen wir nicht. Na komm, dann, den, 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 den habe ich doch erwischt. Komm, Baller. Warum? Ach so, der hat Metallic angehabt. Ich habe mich so alles selber gekillt. Mann. 15,8. Oh. Schnell hoch und den Typen killen. Ja. Ah, erwischt. Danke. So, den Typen habe ich auch erwischt. So. Wo sind noch potenzielle Opfer? Da. Okay, ich wurde gerade von hinten erschossen. Oh, Coins. Coins, Coins, Coins. Hi. Hi, Coins. Hi. Oh, Coins, Coins, Coins. Coins. Ja, Coins. Ach, so, ist vorbei. Ja, Mann, oh. Mann, Glaswasser oder Flasche Wasser oder... Hey, der, der hat eine coole Frisur da in der Mitte. So, jetzt testen wir mal kurz aus. Everybody say hi to the camera. Ich fühle mich irgendwie vernachlässigt. Ähm. Das habe ich erwartet. Natürlich. Ich bin ja kein... Ich bin ja kein Promi. Oh, du musst ja natürlich nicht sterben. Ich habe nicht keinen Bock auf dich. So. Ah, ne, da will ich natürlich nicht. Aber schnell hier rein. Komm. Oh, Goddammit. Hi. Ich muss... Ich muss mit den Usern wirklich netter umgehen. Ich habe noch viel zu pessimistische Einstellungen. Ich habe noch viel zu pessimistische Einstellungen. Okay. 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 Oh, wie hat er mich erwischt? What the bloody... What the bloody... Stay up. Stay up. Dich erwischt, ich komm! People, stop trying to kick him. Hey, warum kann ich nicht schreiben? Kick him. He's not hacking. He's just metallic. So, einen hab ich. He shot him while he was metallic, so you get the damage. That's how metallic works. Fucks, dude. Komm her! Wo bist du? Wo bist du? Ich weiß ganz genau, dass du da bist. What the bloody... What the... Okay, das scheint ein Hacker zu sein, deswegen... Ja, das ist eindeutig ein Hacker. So, dann... So, dann ist es ja gut gegangen. Jetzt denkt er wahrscheinlich, ich hab, äh... Ja, jetzt denkt er wahrscheinlich, der hat Damage von dem da drüben bekommen. Hat sich von da geschützt. Ich hab gehofft, dass er jetzt zurückgeht und zu mir in meine Richtung geläuft. Dann will ich ihn nämlich erwischen. Aber ich glaube, der hat ein Hack drin. Jaja, der hat einen permanenten Metallic Hack drin, wie ich gerade merke. Aber das sollte nicht so schlimm sein, ich, äh... Ich nehm's ihm nicht übel. Haha. Das ist aber allerdings ein, äh... Ein komischer Hack, irgendwie hab ich ihn noch gar nicht gesehen. Dass die, ähm, zwar Metallic benutzen, aber ihn nicht aktiviert haben müssen, um Schaden zu bekommen. Hatte mich der Hacker schön dran gekriegt. Ach, 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 ach. Das sagt die Zeit. Die Zeit sagt, wir sind schon bei einer Stunde Aufnahme. Ich hab gehofft, dass ich das, ähm, dieses Mal ein wenig... So. Diesmal ein wenig, äh, beschleunige. Oder beziehungsweise, ach, beschleunige. Was sag ich denn? Dass ich das ein wenig, äh, länger mache. Denn ich will ja genügend Parts zum Uploaden haben. Ich muss ihn killen, bevor die Sentry zuschlägt. Uh! Wow! Aber meine KD ist wirklich, äh... Ähm, auf gut Deutsch zum Kotzen. Oh, ballert der einfach durch mein Schild durch. Aber zur zweiten Haft wechseln wir einfach mal auf einen anderen Char. Jetzt müssen wir etwas mehr Glück haben. Den sollten wir zumindest. So, den hab ich. Oh! Was war das denn bitte jetzt? Achso, Hacker. Ah ja. Kann man mich ja da schon gucken. Naja, das ist der Falsche. Der ist der Hacker. Ach, dachte ich jetzt schon.